Üblich und soeben wird die Nummer 2 des Startes verwiesen und Achtung Start! Start zum Toi 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 Klaubans Glückrennen. Irina ist am schnellsten flott, kann hier gleich einen Vorsprung auf gut drei Längen ausbauen, auf Serienrock. Flankiert von Golden Star, der sich gleich an die zweite Stelle setzt, dahinter Nicolina vor Phantom River und Frombeer. Wir befinden uns bereits Mitte der Gegenseite, da führt Irina mit zwei Längen auf Golden Star. Innen aufgerückt ist Phantom River und außen probiert sie jetzt Frombeer. In dieser langsamen Phase des Rennens hat sich einiges getan, Frombeer außen. Nun im Kampf um die Führung gegenüber Irina. Dahinter sieht man Golden Star zusammen mit Serienrock. Phantom River zieht sich hier etwas zurück, dafür kommt Nicolina besser ins Bild. Führungswechsel, Frombeer ist nun voraus vor Irina, dann lauert dahinter Golden Star an dritter Stelle. Innen kommt wieder Serienrock besser ins Bild, dann folgt Nicolina vor Phantom River. Zweikampf jetzt an der Spitze, Ausgangs des Bogens. Innen Serienrock, außen drückt Irina wieder mächtig auf die Fahrt. Dahinter lauert noch Golden Star an dritter Stelle, wird jetzt zur Attacke herausgenommen. An der Innenkante hat sich Frombeer abgesetzt. Frombeer vor Irina, Frombeer, Irina, dann kommt der Schlussangriff jetzt von Golden Star. Frombeer oder Golden Star und Golden Star wohl auf den Punkt geritten von Tommaso Scartino. Golden Star gewinnt vor Frombeer, dahinter Nicolina sowie Irina oder Serienrock.